Hi Freunde, wenn euch noch diese versteckte Waffe fehlt und ihr die letzte Suchmeldung in Venice Beach noch nicht gefunden habt, dann zeige ich euch heute wie das Ganze funktioniert. Hier ist nämlich bei mir zum Beispiel noch eine Suchmeldung in Venice Beach offen und die wird auch nicht auf der Karte angezeigt. Im Endeffekt müssen wir zurück zum Militärkomplex und können uns dort dann den Auftrag abholen. Ich zeige euch genau wie das heute funktioniert, also lasst gerne mal ein Däubchen hoch oder auch ein Abo da. Wir müssen nämlich hier zu diesen Zelten zurück und hier finden wir dann den Leutnant Ford. Ich zeige es euch auch nochmal auf der Karte, ganz genau hier in Venice Beach in diesem Zelt, da müssen wir rein und da ist eben der Leutnant Ford zu Hause. Den müssen wir einmal platt machen und der droppt quasi einen Auftrag, der heißt zensiert, das nehmen wir einmal mit und dort finden wir in diesem Auftrag eben diese coole Waffe. Das Ding ist, dass keiner dieser Auftragspunkte auf der Karte angezeigt wird, wir müssen also wieder ein bisschen forschen, wo es überhaupt hingeht und was wir hier überhaupt machen müssen. Dazu können wir natürlich wieder in unser Inventar eigentlich reingehen und uns die Aufzeichnung des Briefes hier anschauen, um eben herauszufinden, wo wir als nächstes hin müssen. Also erstmal hier zum Zelt in Venice Beach und dann holen wir uns den Auftrag, wenn wir hier Leutnant Ford platt machen, gehen dann einmal in die Aufzeichnungen rein und da können wir dann ein bisschen mehr darüber erfahren, was der gute Leutnant Ford hier vorhatte. Hier möchte er nämlich im Strand quasi Landungsboote in Container 78, da müssen wir einmal jetzt hin, den Container 78 finden, gehen also hier zum Strand zurück und das ist zwar genau hier. Da ist der Container 75 und in den Container 75 können wir eben reingehen, um in den Container 78 zu gelangen. Schießen den Typ hier einmal ab und dann können wir hier eben einmal reingehen und in den Container 75 rein, springen dann einmal hier oben auf diese Kisten drauf und können dann auf den Container drauf gehen. Dann gehen wir einmal hier über das Brett drüber und kommen dann quasi in Container 78 rein und da müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist nämlich ein Sprenger links um die Ecke, am besten schnell hinlaufen, vielleicht einmal anschießen und ihn dann explodieren lassen. Ja und genau da hinten in der Ecke, wo der Sprenger war, gibt es dann auch den nächsten Hinweis, Transport beschädigt und den müssen wir dann wiederum folgen. Schauen uns also wieder an, hier steht, dass am Turm ein Container ist, Container 58, das heißt wir müssen einmal wieder zurück zum Turm gehen und da teleportieren wir uns einmal hin, beziehungsweise laufen einmal rüber und hier am Turm auf der linken Seite, wenn ihr aus dem Turm rauskommt, hier auf der linken Seite ist eben der Container 58. Ich zeige es euch hier nochmal auf der Karte, der ist dann hier hinten, hier genau ist der Container 58 und da können wir eben einmal reingehen, um quasi den nächsten Hinweis zu bekommen. Gehen also hier rein, Container 58, machen hier die Dinger platt und finden hier den Hinweis der Sonderlieferung. Und da schauen wir uns natürlich wieder an, wo uns das als nächstes hinführt und zwar sollen wir hier, wenn wir das aufklappen, gehen wir ein bisschen weiter runter, das ist ein längeres Gespräch und bringen wir das zur 66 neben der Körperverbrennung. Das Ding ist, in diesem Bereich geht ihr, wenn wir hier in den Turm zurückkehren und wenn ihr da noch nicht durch könnt, weil ihr die Schlüsselkarte noch nicht habt, dann müsst ihr einmal ganz hoch in den Turm gehen. Dort ist nämlich ein Soldat, so ein Leutnant und der gibt euch die Schlüsselkarte hier zu diesem Bereich, wo die Verbrennung damals stattgefunden hat. Und hier finden wir jetzt halt auch den Container, wenn wir in diese Richtung hier gehen, in Richtung 63 quasi und da gehen wir einmal rechts hier um die Ecke rum und hier stehen einige Container und da gehen wir hier hinten in den hinteren Bereich bei der 66, da können wir nämlich hier reingehen. Achtung, hier sind noch ein paar Gegner, hier ist auch der Private, den wir dem Schlüssel abluxen können, den können wir später für eine andere Kiste verwenden, soll jetzt aber hier nicht eine große Rolle spielen, den nehmen wir natürlich noch mit dem Private, damit wir eben auch hier den Schlüssel haben. Ja, hier kommt jetzt noch so ein schlechter, den machen wir natürlich eben mal schnell platt und können dann quasi in den hinteren Bereich gehen und da finden wir dann auch quasi den letzten Container, wo wir eben dann die Waffe rausholen können. Den schlechter machen wir eben schnell fresh, das sollte eigentlich relativ easy sein und da kommt hier noch so ein Fettsack, den machen wir auch eben platt, sollte auch kein Problem sein. Ja und genau hier hinter gibt es dann den Schlüssel von dem einen Kollegen, den nehmen wir ebenfalls mit, um hier diese Kisten noch zu öffnen, die noch verschlossen sind und genau hier hinter, wo der Strom ist, da ist der Container, da springen wir einfach einmal drüber und können uns dann hier hinten die priorisierte Waffe holen. Und das ist eigentlich ein schönes fettes Teil, das ist nämlich hier die Abschussliste und das ist ein Maschinengewehr, quasi ein legendäres, was wir uns hier holen können. Ja Freunde und somit haben wir die Suchmeldung in Venice Beach abgeschlossen, eigentlich gar nicht so schwierig, man muss natürlich nur erstmal wissen, wo man überhaupt hin muss. Und ja somit haben wir das quasi erledigt, würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch und ein Abo da leistet, damit wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sage bis denn, macht's gut, adios und viel Spaß mit dieser Waffe.